Und ehrlich gesagt bringt mich das Stichwort Markdretwitz aber auch zu einem weiteren wichtigen Punkt. Bei allem Miteinander, das wir in der Region und in kommunaler Partnerschaft freilich pflegen sollten, müssen wir auch, um voranzukommen. Aber wir müssen als Wunsiedel doch auch mit starker und kompetenter Stimme sprechen, um im Gefüge des Landkreises und der Region weiter gehört zu werden. Wir sind die Kreisstadt. Behaupten wir uns nicht stark und mit der notwendigen Kompetenz dahinter, werden wir früher oder später abgehängt. Es gilt hier stark und kompetent im Miteinander der Region den richtigen Weg zu finden und sich als Stadt zu behaupten. Und die dafür notwendige Stärke und notwendige Kompetenz bringe ich gerne mit.